Und endlich geht es auch wieder los mit dem Start-up Gründergrillen. Bei dem Event haben alle die Möglichkeit mit einem Pitch auf ihr Projekt oder ihre Idee aufmerksam zu machen. Im Anschluss geht es bei Grillgut und Kaltgetränken vom Kaffeekampus darum, Ideen auszutauschen, zu netzwerken und einfach herumzuspinnen. Wer mit dem Gedanken spielt, eine eigene Firma zu gründen, sollte sich den Event nicht entgehen lassen. Die zehnte Auflage des Gründergrillens findet am Dienstag, den 31. Mai um 18 Uhr im Kaffeekampus der Hochschule Esslingen in Göppingen statt. Neu im Organisationsteam sind die Wirtschaftsjunioren Göppingen. Das Kaffeekampus-Team, Startup, GP und Gründers freuen sich auf dich.